Ab wann kriegt man denn das? Ich wüsste es nicht mehr seit wann ich die gekriegt hab. Das muss ich aber doch Jäger machen, ne? Ne, ich? Ach ne, du? Gut, warte. Ich bin noch mal dran. Ich bin Hexer. Das ist zu verlockend mit dem. Hoch? Okay. Ah. Wo ist es da? Okay. Versteckt euch, versteckt euch. So. Ich denke immer nicht dran, dass man ja Sext fliegen kann. Weswegen hast du ein Besen mit? Jetzt kann ich fliegen. Willste kehren? Das ist halt die andere Fähigkeit. Schwimmt, ja. Ich wollt grad fragen, na Schatz, was bist du? Äh, ja. Ne. Oh, wer fliegt da? Ich nicht. Was ist das Hohn, ey? Was ist das Hohn, ey? Ich hab'n scheiß Nachteil, meine Steuerung hakt. Ich komm' nicht voran. Ach, warte mal. Ich habe doch da was. Was ist das Hohn, ey? Was ist das Hohn? Was ist das Hohn? Was ist das Hohn? Was bist das? Nee, okay, ihr seid nicht der Riesenkäse. Käse? Ja. Wollt nicht der Käse sein. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ihr für Gelüste habt? Ich weiß, hast du Käsegelüste? Nein. Ich aktuell auch nicht. Ach, da kam ich her. Kannst du bitte einfach mal laufen? Was auch wenn sie dann kommen mit Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Piep. Piep. Ach. Wo ist er denn? Auf dem Klo. Ich bin auf dem Klo. Hört sich so an, wa? Ja. Kannst du nicht einfach mal rennen, lieber Mann? Ich bin hier wieder echt zu doof dafür. Ihr müsst mir dann unbedingt sagen, wo ihr wart. Hallo, lieber Mann, lauf doch mal bitte. Daniel, warum springst du? Das ist doch langweilig. Ich komm nicht mehr raus, doch jetzt. Ich war fast neben Klo. Und ich war ne Wassermelone unter dem Kaufmannsraden. Hm. Scheiße. Du hast schon die Fässer, die neben mir stand, getroffen? Ah. Und den Kaufmannsladen hast du auch gerade und das Huhn hat mich gerade verraten. Äh. Echt? Wer ist jetzt dran? Ah, ich bin hängig. Ich hab das nicht mitgekriegt. Ich bin abgelenkt von dieser beschissenen Steuerung. Ja, das so stockt. Ja. Ja, das лич ist denn da. Das ist ja super cher. Woop. 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 Deine liegt nur auf irgendeinem Dach? Weiß ich nicht. Da schnorchst. Weiß ja. Ahem. Vielen Dank. Das ist zwar nur ein Spiel, aber es geht hier um Leben und Tod. Ich liege doch beide jetzt auf einem Dach. Nein, ich liege nicht auf einem Dach. Was knallt das da immer so? Bin ich. Bist du fett oder was? Ich war die ganze Zeit da so am Tisch. Du hast alles um mich herum. Ja, um mich herum. Genau, bei mir auch. Ich war ein Brett, was an der Wand lehnte. Und du hast alles um mich herum getroffen, aber mich nicht. Und ich dann so... Oh my god. Oh my god. Es war so spannend. Ich war erst so fast vor dem Tisch, aber da dachte ich mir... Äh, wo ich sind... Oh quatsch. Nee, warte. Ich war fast vor dem Stuhl. Und da habe ich den Tisch gesehen. Da dachte ich mir, das passt vielleicht besser da hin. Bist du das hier noch? Ah, ich bin Jäger. Hä, jetzt kann ich das nicht mehr freischalten? Was? Meine Fähigkeit. Geht nicht mehr? Nee, ich bin wahrscheinlich nur eine gewisse Zeit freigeschaltet. Okay. Wie oft hast du dir das mitgenommen? Jedes Mal jetzt. Vielleicht kannst du das noch eine bestimmte Anzahl nehmen und dann ist das erstmal wieder gesperrt. Hm. Natürlich doof. Ich komme. Ja, das scheint reicht. Was war das? Ah, der kann nicht mehr werfen. Nein, ich häng! Ich habe es gesehen. Das ist so... Oh. Und meiner konnte nicht mehr werfen. Der war kaputt. Peter, wenn das Spiel vorbei ist, muss ich dir doch mal was erklären. Aber erst, wenn das Spiel vorbei ist. Ist das jetzt die Runde oder was? Ja. Ich glaube, sie wissen, was es geht. Keine Vermutung. Ja. Bist du jetzt selber das Hut? Ja. Ich wünsche dich wäre ein Hut. Dann gäbe es nicht viel zu tun. Schüttel mit? Äh, ja. Mit meinen Augen. Achso. Wie soll ich denn dich sehen? Vor dir. Äh, wo? Daher. Ah, ich wüsste mich auch hin. So. Zu wissen, dass du mich liefst. Oh, ganz schlecht. Nee, nicht weg. Also mein neuer Stift geht gut, Schatzi. Dankeschön. Auch wenn ich ihn mir ausgesucht habe und dir dann nur den Link geschickt hatte. Aber du hast ihn gekauft. Er beschieft Toiletten. Hab ich vorhin auch. Wenn sie es verdient haben. Warum? Prost. Prost. Jetzt habe ich aber Glück gehabt, dass ich das gefunden habe. Scheiße. Scheiße. Genau, um das ging es nämlich. Ich habe gedacht, weil ich das vielleicht ausgewählt habe, konnte das Gitter nicht mehr nehmen. Nee, bei mir stand noch so und so viel Runden. Dann ist es wieder frei. Achso. Na gut, dann, ja. Bin ich jetzt Jäger? Jetzt kann ich es wieder auswählen. Bin ich jetzt Jäger? Ja. 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 Ja.